Deswegen nehmen wir Markus Söder heute einfach beim Wort. Wenn die CSU schon Forderungen der Opposition übernimmt, dann machen wir doch jetzt auch einfach Nägel mit Köpfen. Wir schlagen Ihnen mit diesem interfraktionellen Antrag ganz konkret vor. Erstens, ein Konzept zur Vereinfachung und Steigerung der Attraktivität des Lehramtsstudiums in Bayern. Wir schlagen Ihnen zweitens vor, die Übernahme der Kosten für die Meisterausbildung und alle gleichwertigen Berufsausbildungen durch den Freistaat. Und meine Damen und Herren von der Staatsregierung, wir schlagen Ihnen vor, die Einführung eines 29-Euro-Tickets für Auszubildende und Studierende für den Freistaat Bayern. Nicht irgendwann, sondern zum Sommersemester 2023. Es gibt keinen Grund, mit der Umsetzung wichtiger Maßnahmen bis nach der Landtagswahl zu warten. Stimmen Sie zu, tun wir gemeinsam etwas Gutes für unser Land Bayern. Stimmen Sie zu, tun wir gemeinsam etwas Gutes für unser Land.